Untertitelung des ZDF, 2020 Wollt ihr auch so eine Kaffeemühle haben? Ich bin beraubt worden vom Räuber Hotzenplotz. Die haben sich in den Kopf gesetzt, den Räuber Hotzenplotz zu fangen. Schreibst du auf eine Kartoffelkiste, wo er sich Gold, könntest du auch draufschreiben, Achtung Kartoffeln. Wenn er uns kommen sieht und die Aufschrift auf der Kiste liest, denkt er, es ist Gold. Vielleicht will er gar kein Gold, weil ihm Kartoffeln viel lieber wäre. Hände hoch und ein Schieße! Hotz, Blitz, Glatzen, Hotz! Hotz, Blitz, Hotzen, Glatz! Dich, ich verkaufe ich an meinen alten Freund, den großer, bösen Zauberer Petrusilius Zwackelmann. Großer, berühmter Zauberer Petrusilius Zwackelmann. Merkt ihr das ein für allemal? Was? Kannst du Kartoffeln schälen? Ja, und wie? Eine Kartoffel! Eine Karkoffel! Ha, ha, ha! Woo, yeah! Tre summer! Untertitelung des ZDF, 2020